Ich glaube, das sind die richtigen Batterien. Ich muss nachher kurz einen reinmachen. Hat er so schon gebraucht? Ja, hat's gebraucht. Nachher kurz 10 Minuten Pause. Also länger brauche ich nicht. Nur kurz testen. Sonst muss ich noch welche bestellen oder morgen gehen. Wird jede Menge losfahren? Ja, hier ist echt richtig spiellos. Oh shit. Oh, einer ist cracked da hinten. Warte. Ich bin noch am looten, also... Ich kann jetzt falten. Geh mal hoch. Ich komme zu dir mit hoch. Der ist gleich einer. Ja, ganz unten. Zwei, es sind zwei, es sind zwei. Ja, wipe, wipe. Kann das nicht geben oder nicht mehr. Oh, den haut rein. Nein. Oh, krass. Aha. Was? Nee, ist gut. Also wenn die Leute stehen bleiben, dann ist die Odin fucking broke. Ja. Ja. Bei Movement weniger. Bin nicht einen Damage genommen, du hast schön alles abgefangen. Bin schon weiter. Ja. Sieht ungelootet aus hier. Sieht ungelootet aus hier. Ja. Ja, die S&D würde ich nehmen. Aha. Blasterstrike incoming. Ja, hier noch irgendeine chest. Ist der runter? Ja, jemand muss hier Mission machen. Okay. Ich bin schon hier. Ander down. Oh shit. Ja, einer kommt hoch. Cracked, der kommt cracked hoch. Down. Nice. Äh, ja. Nummer drei. So, ich guck gleich mal im heartbeat noch. Für kurz. Nein, ich sehe nix. Ich hab in drei Richtungen geguckt. Ja, bounty auf mir. Ja gut, ich würde jetzt auch nicht mehr die Mission machen, wenn zwei von meinem Team hier verreckt. Ja, stimmt schon. Wollen wir, äh... Ja, ich flieg kurz mit der Drone, dann wissen wir, wo die bounty Leute sind, glaube ich. Okay. Schönen wir nochmal die SMG, die war ja irgendwo unten. Red ist immer noch eins wahrscheinlich, oder? Ja, 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 ja. Ich sehe nämlich keinen Thread mehr beim Fliegen. Ja, 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 ja. Guck mal N oder sowas, um Thermal zu machen, da siehst du besser. N? Ja, da steht irgendwas Thermal oder sowas. Wusste ich gar nicht, ja? Was? Äh, orange. Vielleicht kommen die von Süden? Welche? Ja, da sind drei Leute. Okay. Kommen die näher? Kommen die näher? Nee, die fahrten irgendwas anderes. Wie gesagt, das ist orange. Ich weiß nicht, ob hier... Doch der eine kommt jetzt hier. Ob jemand näher ist. Rot, rot! Okay. Das sind die nicht, oder? Nee. Warte, wir kommen hier, oben. Das zur... äh, zur Scavengerfliegen. Schnell weg. Gute Idee. Denk schon. Wird doch nicht. Frank, down, down. Oh, nice. Fasto. Ist er drin? Ja, ja. Ja, ja. Ja, gut. Das zieht er natürlich. Ist er auch ne Odin. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, gut. Ja, ja. Ich weiß nicht. Ich hatte Bock, von Bounties wegzurennen. Das Zweiten werden. Naja. Ja. Da wird gerest. Möglich. Aha. Ich hab auch keine Rüstung mehr. Kann dir eine noch geben. Warte, wahrscheinlich finde ich hier was. Mhm. Also bei der Kiste sicher. Ja. Ja. Wunder, dass er mich nicht gekillt hat. Der Typ hat er noch ohne. Ich hab mit dir gehett. Ja. Abbie sagt noch nix. Nee. Ja. Ja, sammle du auf. Ich hab eh keine Rüstung. Ich auch nicht. Ja, nimm's auf. Okay. Ja, zur Buy Station. Ich hab's Gefühl, hier sind Leute close. Ich guck dir jetzt mit dem Hardbeat. Da sag ich überhaupt nix an. Also. Zu weit weg. Ja, gut. Buy Station, okay. Na? Alles auf dich? Nee. Achso. Okay. Aber ich hab ne Wollste. Das ist da drin. Sie hat grad grad durch die Wand geschossen. Wann hab ich denn die Wollste angehört? Ja gut. Faufen oder? Ah, zu der Buy Station. So. Okay. Ich hab zweimal Rüstung gekauft. Hier liegen drei Stück. Ich kann ja... Ich glaub da noch mal eine. Sonst liegen hier vier. Ja. Ichahren nicht. Wenn die Infos abdrausten. Wunder. Wir haben die hinter która ins Torx gaan. Okay, die sind hier rausgeschrungen. An der Buy Station. Der Wichser klaut die Rüstung. He? Wo ist denn er? Der ist down. Achso. Dieεις quantum pot答, double shot die Rüstung. der andere hat von da geballert wo wir es schon wussten dass er ist er lasst es wieder ins gebäude irgendwo ist auf mich weiß aber nicht woher irgendwo von süden irgendwo mindestens einer ist noch aber auch glaube ich von da oben bei orange hat er noch uns geballert oh nice gehen wir dahin ja 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 ist hier im gebäude oder ich habe es gehört wo denn mittlere teamwip muss da gewesen geht zum drop hat jetzt auch nichts zwischen uns ja ja ok gut ähm glaube ich kann mir sicher noch ein selfless ich habe sechs platz ich brauche eigentlich nichts ich habe zwei wenn wir einmal kaufen dann hier ist ein drop wir haben leute sachen aufgenommen hätten aber auch leute verreckt hast du was hast du überhaupt noch ein heartbeat nee ich habe den jetzt überhaupt gedockt da ist ein heli bei unserer mission gerade hingeflogen oder oben drüber weiß noch nicht wenn jetzt wann jetzt hier ein drop aufgenommen wurde war noch nicht gesehen hier ist jemand unter mir ja 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 crack down 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 ich höre noch jemanden aus der se da hinten ist er raus da hinten ist er raus down wow what alter der hat geschrien alter das muss ich dir aufnehmen alter das war völlig am verzerren so laut hat der geschrien ja der ist mad ja fliegt jemand schießt auch jemanden auf ihn von da bei blau blau ja oben oben ja oben war auch jemand hast du den ja ja nein es wird gerade zwei leute da oben jetzt sagen wir 40 down einer down okay da war einer runterblau eigentlich da geht es da zu ihm runter zwei down ja die schießen jetzt auch auf die zwei down da oben wo denn noch ein kill confirmed ne da kriegt noch einer und einer kriegt da unten noch ja da wird auch gerechnet der andere ist schon confirmed und zwar von denen oben links irgendwo ja und zwar von denen oben links irgendwo du hier bleiben oder wie ich hab ne ich platziere jetzt einfach mal wir müssen hier nicht bleiben ne ja kommt man so weit hoch das wusste ich gar nicht what the fuck ich war da ja noch nie oben warst du hier schon mal ist das neu ne das gab es doch noch nicht doch hä echt naja das sind alles das ist alles aus von hier abgekämpft ja aber das ist nicht neu fuck ich wusste nicht dass es existiert warum sagt mir das nicht ja wenn du da oben gesnipet wirst dann rippt ne also ja du musst mich einfach auffangen ich droppe dann runter und du fängst mich mit dem rest auto naja wir sehen den fahrer rausschneiden der ist so langsam genau ins fenster aber vehicle hitmarker ja einer ist ausgestiegen cracked ist er drin der ist alleine ist cracked und ist in der garage rennt raus nochmal cracked da hinten so ich halt mal ein Auge auf jeden down ok na ich weiß ja gut also ich glaube er ist alleine er hat auf jeden Fall ja auf jeden Fall er ist irgendwo hinter dem Gebäude ja 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 da wurde was ach das warst du ich sehe Schüsse da wird die Leute nicht da oben bei blau sind welche siehst du die Fläche auf dem Dach wurde mir eben gerade auf dem UV angezeigt oder vielleicht nicht auf dem Dach vielleicht sind die oben ja ne auf dem Dach sind sie nicht ok und das gefährliche man dann nicht wirklich decken hast du so ne Settle schon? äh ja aber nur drei Plates ich geh nachher nochmal kaufen glaube ich also ich sehe die nicht da drin Alter da musste ich auch genervt haben der Typ ich hab den so viel mal getroffen wie das ne zweimal gecrackt und dann gedowned warum wusste ich nicht dass dieser Turm existiert Alter der ist geil kommen neue noch weiter hoch ha 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 geil hm 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 ok das game hat ja auch ein Ground War Modus und die ganzen Ground War Maps sind einfach aus dem aus der Warzone Map rausgerippt so ok das ist das Battlefield Zeugs äh toller Müll echt ja ich sehe da ne Gun Clip also da hat keine Waffe durch die Mauer geklippt ok hm haben wir mal ne Bounty hier vielleicht ne klar ist das sein Laser da bei Blau down genau da oben aber der weiß jetzt dass ich hier bin ah ja der geht resen der geht resen kann man da ist das am Fenster ja das war im Fenster ja also ich hab ihn ja der ist da nach links gekrochen aber ich glaube nicht dass man da wall bangen kann naja einer ist jetzt wieder nach rechts ja ich hab's gesehen ja nichts nichts was wir da machen können reinrennen will ich auch nicht oh ich hab grad auf die Mauer gekocht ne ich hab keinen Laser glaub ich oder hab ich einen weiß gar nicht ist der Laser auf das Fenster ziel ne 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 ich hab keinen Laser vielleicht hab ich einen auf das Sniper aber das ist der da nur wenn ich reinziele oder ne ich schon ne aber dann seh ichs nicht weil ich sag oh pfff fickt euch ist der immer auf dir gelandet oder achso ne ne er ist right aber ich hab da ne Markierung auf meiner Ebene gesehen roten Punkt ja aber das okay es kam nämlich auch von Süden irgendwo das war nicht der von vorne ich seh ihn cracked wo denn genau bei Blau der ist dann der ist dann nach da gerannt unter dir ja wollen wir zu zweit pushen ja können wir machen ok kommst du von unten rein oder wie bin schon ich bin schon da das war der von eben das war der von eben der hat auch Revolver gehabt hm hm ja ähm gut ich kauf mir kurz fünf Platz hier ja aber du hattest so viel Geld ich kaufe noch ein UAB für mich oder so ja ja na ich kann selber eins kaufen ich hab dir ja schon eins gekauft achso gut danke wie viel Rüstung hast du äh jetzt keine mehr alter ooooh ich erst tracke die eben jetzt hab ich noch nicht ja ich hab noch bin war die oben da ja eine ist auch da unten eine ist unten bei Blau ja einer crackt oben da rpg pass auf ok ja wir müssen hier weg ich kauf nochmal Rüstung für mich und dann renne ich ja die snipen hier ja die snipen hier ja ich hab jetzt auch sieben ich hab sechs ja so ne kommen ja ich will einfach nach Südosten oder oder noch da oben also am Turm oben sehe ich niemanden einer hat gesniped einer hat eine rpg der andere war schon unten ich nehme an die pushen ich würde mal ein bisschen wieder hoch und campen das war schon geil da das ist ein ganz neues lebensgefühl ich dachte ich hätte dich unten gesehen weil da kommt so eine kleine weirde markierung wenn du dich an wände mounten kannst ich dachte das wäre dein name tag unten und dann neuer ich plötzlich schritte links von mir alter ist denn das ultra gebäude noch drin ist denn das ultra gebäude noch drin ne 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 da sind welche ja ich würde aber nicht davon ausgehen dass ja aber vielleicht sind zwei leute die kannst du easy snipen die wissen nicht dass wir hier sind jetzt sind die sind hinter diesem baustellenfahrzeug lass zu sagen oder ne ne und zwei typen bin ich sicher ob das ein mensch ist ne das ist das rad ok ich glaube die sind immer noch da hin aber ich bin mir ja jetzt sind sie ran da ist noch einer oben baustellenfahrzeug ja ja jetzt hat er sich genau hingelegt come on müssen wir zu denen wetten ok gehen wir mal rechts entlang er ist gecrackt wollen wir uns beeilen rechts entlang laufen ja 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 ok ja 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 ok äh lkw äh ich schieße erstmal nicht ja ich habe noch eine uav ich auch soll ich noch eins kaufen hier unten eins rein machen und kaufen wenn du willst das reicht noch ich meine ja ja gut und sind auch noch welche mit einem fahrzeug ja ich kaufe kurz weil noch nicht da ja ich kann nicht ja einer hat ein schild wo sind die ist der hinter dem hügel ich sehe den nicht bei rot blau hat einer ein schild die werden von blau angeschossen also zwei teams ja 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 die hinter dem hügel ja ich konnte keinen uav kaufen ich habe keine schilderäute einer gecrackt hat neust nicht zu tief ah da ist einer es sind drei leute das ist ein bisschen das ist wieder ein anderes team das ist wieder ein anderes team ja das ist sehr slow bei mir ja dann kommen wir auch noch von hinten das auch ich bin am rennen ich gucke grad nicht ja wir müssen gucken dass wir da nicht oh ja irgendwo bei den gleisen wo die abzweige ja ich sehe ja vergasmasker hat er gerade angezogen weil sich geschossen hat vielleicht bleiben wir jetzt doch links ja da sind welche da oben am hügel wir haben hier gegner auch links ganz weg vom rechten fighter ok oh dabei noch der strakt gestand was war das weiß ich nicht jetzt hat er es jetzt hat er es da sind welche ich würde links bleiben ja da oben ist noch jemand also vor uns nicht pracked da ist noch einer gestand und rechts werde ich angeschossen ich gehe wahrscheinlich down vielleicht auch ich swipe nicht so gut ich heile mich einfach hoch aber die sind ja gut ich weiß nicht genau was der hat aber ja der ist echt zwei genische teams einer gecrackt am baum ist gecrackt ja man der andere ist einfach einer ich muss heilen ich muss heilen hier lasst uns runter gehen lasst uns runter gehen ich glaube das ist noch besser wir sind aber noch drin eigentlich hier geht's hoch ne doch nicht fuck aber nicht ich habe verloren da ist einer bei blau mal gucken er ist alleine ja aber bei hm ah hier ist auch das combat area auch ok team wipe und jetzt haben wir verloren ja es sei denn wir kommen hier hoch irgendwie was ich bezweifle einer down einer cracked ich habe keinen sprengstoff der ist da oben also ja sorry falsche tage hast du keinen äh ich glaube ich kann das gar nicht so schmeißen so wenn wir hier in der mitte unten sind dann ist es außer der kreis kommt zu uns aber das äh der bewegt sich ja nicht mehr oder so ja fuck ja das wird glaube ich die von der seite an geballert sie sind unten einer zu uns der der ist sehr arrogant die sind sehr arrogant ahhhh alter was sind das für idioten die hätten uns da oben gewonnen ahhhh ahhhh ehh ey nice Der letzte, der untergejumnt hat, der meint so, finish him, der Autobotum, you can finish him, hat er nur gemeint, als ich ihn gekillt habe. Ja, und der eine hat dann gepickt, ich habe ihn ein bisschen angeschossen, dann hat der zweite gepickt, ich habe instant auf den geflickt und ihn gedowned und dann hat der andere wieder gepickt, weil der wahrscheinlich angesagt hat, dass ich low bin, aber ich habe ihn trotzdem noch so wahrscheinlich, die haben einfach beide rübergeguckt. Und die scheiß Grau hat einfach keinen Recall, da kannst du echt auch über so eine Kante lasern, wenn du nur den Kopf siehst. Also mit der Odin hätte ich keine Chance gehabt, mit der Grau ist wirklich einfach, du siehst den Kopf.